Karate mit den Armen und mit den Füßen Das Karate-Training selber ist sehr vielseitig Das fängt an von einem Grundtechnik-Training, das genau im Takt des Trainers macht, bis hin zum freien Kampf Und wir wollen euch heute einige Elemente aus dem Training vorführen Auch wenn die Akteure von heute alles Männer sind Karate ist also nicht nur Sport für Männer, sondern wir sind im Verein 100 Leute Und ich schätze mal, dass die Hälfte davon Frauen sind und Mädchen Also Frauen und Mädchen, das heißt auch, dass es eigentlich von kleinen Kindern aufwärts geht bis zu den alten Herren Was ich noch sagen wollte, wenn wir euer Interesse erwecken und der eine oder andere sagt Super, das gefällt mir, wollte ich immer schon machen Freut es uns natürlich, wenn ihr bei uns im Verein vorbeischaut Bei uns fängt auch im Oktober jedes Jahr ein Anfänger-Kurs an Also ein eigener Kurs für Mädchen und Buben und ein eigener Kurs für Erwachsene So, jetzt genug der Worte Ich möchte euch die Akteure vorstellen In der Mitte drinnen Unser Präsident Träger des vierten schwarzen Kürtels Zigfacher Staatsmeister, Weltmeisterschaftsteilnehmer, der Michael Schafferer In der Mitte drinnen Sein jüngerer Bruder, Träger des dritten Tanz Auch mehrfacher Staatsmeister, amtierender Staatsmeister zur Zeit auch Und eben auch Teilnehmer der Weltmeisterschaft, Matthias Schaffer Und ganz rechts außen der Jüngste in der Gruppe, auch mehrfacher Junioren-Staatsmeister Und eben heuer auch Starter bei der Weltmeisterschaft, Christoph Casal Die erste Vorführung wird sein eine Kata Also Kata ist ein genauer Ablauf von Angriffstechniken und Abwehrtechniken Normalerweise wenn ein Karate Kata praktiziert, dann sieht man aber keine Gegner Heute werden wir euch die Kata vorführen und immer dazu die Anwendung zeigen Das Kata-Training ist ganz essentiell im Karate, dass man eben kräftige und saubere Techniken lernt Es gibt sehr viele solche Kata, heute wird die Kata Sojin vorgeführt Bitte Sojin! 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 Toavere, holl Norbert, er soll ich Mitgeben!" So becoming das Jan Sch وس apenas Char shoe Sojin! Sojin! Sofig! So Mechanism Applaus 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 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Vielen Dank.